Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man eigentlich so eine Aufputzsteckdose hier richtig und vor allem auch fachgerecht anschließen und somit auch verlegen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann können wir auch schon loslegen. In meinem Fall kommen wir von hier links oben mit einer dreiartigen Zuleitung, nimm 3x1,5 mm² direkt zu meiner Verteilerdose. Hier habe ich das Ganze auf ca. 15 cm einmal abgemantelt und auch die Leitung steht ca. 1 cm für die entsprechende Zugentlastung in meine Dose über. Die zweite Leitung hier geht direkt zu meiner Steckdose runter. Hier habe ich das Ganze jetzt von dem Punkt, wo es in die Steckdose hineingeht, um ca. 12 cm länger gelassen. Das Gehäuse habe ich schon mit den entsprechenden Schrauben festgedreht und davor natürlich auch mit einer Wasserwaage noch sauber ausgerichtet. Und bevor ich es vergesse, solche Schellen hier zur Befestigung von den Leitungen sollten maximal 10 cm von so einem Gehäuse weg sein. Und wenn das alles passt, dann schauen wir mal, dass hier am Ende noch ca. 1 cm von der Leitung hier in das Gehäuse übersteht. Ich habe mir das Ganze auch schon markiert und deswegen kann ich jetzt auch schon die Leitung hier entsprechend abmanteln. Bei meinem Modell kann ich jetzt die Leitungsdurchführung einfach herausziehen und hier ist auch schon ein Loch drinnen. Wenn es bei dir natürlich nicht der Fall ist, hier unbedingt noch ein Loch hinein machen und anschließend auf die Leitung dementsprechend drauf geben. Jetzt nicht den Fehler machen, dass wir es sofort hier wieder in das Gehäuse geben, sondern lieber erst einmal etwas weiter nach oben schieben und dann wieder einen Ticken zurückschieben. Dadurch stülpt sich nämlich hier das Gummi jetzt um, wodurch anschließend auch kein Wasser sich hier oben irgendwie sammeln kann. Und wenn das der Fall ist, dann geben wir es einmal wieder zurück in mein Gehäuse. Als nächstes kürze ich noch den meistbraunen Außenleiter und den blauen Neutralleiter um ca. 1 cm. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass dadurch mein grün-galber Schutzleiter hier nochmal etwas länger ist. Und im schlimmsten Fall, falls die Steckdose irgendwie einmal herausgerissen werden sollte, dann fällt der Schutzleiter auch als letztes. Wenn wir das haben, kann ich meine Leiter schon mal etwas nach vorne umbiegen und anschließend bei meinem Steckdosenmodell diese genau auf 11 mm abisolieren. Im nächsten Schritt müssen wir unseren Leiter mal bei unserem Steckdosen-Einsatz richtig anklemmen. In der Mitte die zwei Klemmen sind für den Schutzleiter. Hier links drüben mache ich persönlich immer den blauen Neutralleiter drauf und hier rechts den braunen Außenleiter. Welche der beiden Klemmen ich hier immer verwende, ist übrigens vollkommen egal, da das Ganze elektrisch miteinander verbunden ist und die zweite Klemme zum Anschließen von einer zweiten Steckdose benötigt wird. Doch hierfür habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht. Außerdem könnte ich jetzt meinen blauen Neutralleiter und meinen braunen Außenleiter hier miteinander vertauschen. Das Ganze funktioniert auch verkehrt herum angeschlossen. Da gibt es einfach keine Richtlinien. Jedoch sollte man sich angewöhnen, dass man im Haushalt immer dieselbe Belegung hat. Ich habe links immer den blauen Neutralleiter, rechts den braunen Außenleiter. Da nun alles richtig angeschlossen ist, kann ich meinen Einsatz mal hier hinten in das Gehäuse hineingeben. Falls jetzt irgendwie ein Leiter bei dir stören sollte, diesen hier einfach noch hinten drin sauber verlegen. Und wenn das Ganze dann passt, dann kann ich auch schon mal hier nämlich vorne mein entsprechendes Gehäuse draufgeben. Schauen, dass es natürlich auch relativ gut schon sitzt. Und anschließend hier rechts und vor allem auch links unten einmal diese Schrauben festdrehen. Die Steckdose ist somit auch schon richtig angeschlossen. Hier habe ich auch schon meine entsprechende Schelle zugemacht. Und jetzt tue ich das Ganze hier oben in meiner Verteilerdose noch schnell verdrahten. Zuerst einmal lege ich mir meine grün-gelben Schutzleiter nebeneinander. Danach meine blauen Neutralleiter. Und zum Schluss meine beiden braunen Außenleiter. Im nächsten Schritt kürze ich alle Leiter auf dieselbe Länge ab. Und isoliere sie wieder auf genau 11 Millimeter für meine Klemmen ab. Sobald alles vorbereitet ist, gebe ich die entsprechenden Farben mal miteinander in so eine Klemme hier hinein. Und wenn alles sauber und fachgerecht miteinander verdrahtet ist, dann kann ich auch schon mal hier den Deckel auf die Verteilerdose draufgeben und anschließend Spannung auf das System geben. Bei mir liegen genau 230 Volt hier unten an, so wie es natürlich auch sein soll. Und somit haben wir auch schon eine Aufputzsteckdose jetzt richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Aufputzsteckdose oder eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.